Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hitzespezial. Das heißt aber nicht nur Kühlung, sondern alles, was mit der Hitze und Wasser zu tun hat. Oder uns den Alltag erleichtert, damit wir gut gerüstet sind für jede Alltagssituation. Und anfangen tun wir damit, wenn wir zum Beispiel schwimmen gehen und Musik hören wollen. Liebe Kathi, was haben wir jetzt im Produkt hier? Das sieht ja schon mal sehr spektakulär aus. Ja, ja, ein wasserdichten MP3-Player. Und zwar für Sport und natürlich auch für das Schwimmen, wie du es gerade gesagt hast. Es sieht schick aus. Doch, muss man sagen, steht ja ausgesprochen gut. Ist ganz, ganz schick gearbeitet. Sie sehen hier, mit diesen tollen flexiblen Bügeln gemacht. Und hier sind zum Beispiel mal die Aufsätze drauf für Schwimmen. Also wir haben ein ganz umfangreiches Aufsatzset für die Ohren quasi, also die man hier vorne draufsetzen kann. Darf ich da mal was reinfragen? Warum haben wir so diverse Aufsatzformen? Ist das für verschiedene Ohrformen? Genau, für verschiedene Einsatzbereiche. Zum Beispiel diese hier mit diesen drei Noppen, die sind fürs Schwimmen. Das siehst du, die kannst du auch dann im Wasser benutzen. Denn dieser tolle MP3-Player ist wasserdicht. Schau mal da. Muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwie, wenn ich Wasserspritze abbekomme oder mich ins Wasser lege, dass die jetzt irgendwie kaputt gehen. Genau, also gerade auch, wenn du im Schwimmbad vielleicht jetzt bist, wenn du in den Urlaub fährst und da irgendwas suchst, was du mitnehmen möchtest, dann kannst du hier diese wunderbar mitnehmen. Die Aufsätze sind ja ganz ultra leicht, 22 Gramm wiegen die nur und diese Aufsätze, die können wir uns ja mal angucken. Also diese hier, die wir momentan drauf haben, das sind diese mit diesen drei Noppen quasi vorne. Ich drehe es mal so ein bisschen ins Profil, da sehen Sie das, diese längeren. Die sind halt fürs Schwimmen zum Beispiel geeignet, die können Sie aber dann auch abnehmen und können da auch normale Aufsätze drauf machen, wenn Sie zum Beispiel den MP3-Player beim Sport benutzen wollen. Da haben wir ganz viel auch dabei, hier dreimal für Schwimmen die Aufsätze und dreimal normale Aufsätze mit dabei. Das ist ja wirklich mal wieder ein sensationelles Angebot. Ich sehe ja schon ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Aufsätze. Das ist ein richtiger Lieferumfang. Jetzt kann ich das beim Wasser anziehen, aber auch beim normalen Sport anziehen, wenn ich jetzt nicht rumschwimme, ne? Genau, und das Tolle ist ja, dass du hier total flexibel bist, du siehst es ja, ganz ohne Kabel. Das heißt einfach aufsetzen und schon geht es los, dass die Bedieneinheit von diesem MP3-Player ist hier in dem Gerät selber verbaut. Das sehen wir hier an der Seite, da sind diese Funktionstasten, lauter leise auch nochmal hier oben. Also das ist toll alles verbaut und dieser MP3-Player hat auch schon den internen Speicher verbaut von 4 GB. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, passt richtig viel Musik drauf. Ja, das sind ungefähr so 1000 Musiktitel, die du da drauf machen kannst. Ich würde sagen, das reicht den ganzen Urlaub und den dazu noch dazu aus. Das ist schon mal eine Riesenmenge, aber wie lange hält da zum Beispiel jetzt der Akku da drin? Der Akku hat zehn Stunden Laufzeit, also zehn Stunden, auch das richtig, richtig lange. Und dann, wie gesagt, perfekt als vollwertiger MP3-Player. Also das sind nicht nur Kopfhörer oder so. Viele denken ja, das ist einfach ein Kopfhörer. Nein, es ist ein vollwertiger MP3-Player, den wir hier haben. Ein Kabel wird mitgeliefert, ein USB-Kabel, da kannst du es direkt auch an deinen PC anschließen. Und damit laden es aber auch die Musik, ne? Genau, damit lädst du dann die Musik danach drauf. Genau, das ist das Ladekabel. Einfach an den PC anschließen und die Musik dann draufladen. Wie gesagt, vier Gigabyte Speicherplatz sind schon direkt verbaut. Dann aufsetzen und schon können sie schwimmen, sie können Sport machen. Auch im Regen mal joggen gehen, überhaupt kein Problem. Auch wenn sie mit dem Hund draußen sind im Regen. Überhaupt kein Thema mehr, weil die können nass werden, die sind wasserdicht. Und du tust ja auch normal schwitzen, wenn du zum Beispiel jetzt Sport machst und richtig viel Sport machst. Und bei der Bullenhitze, die ja gerade wieder draußen ist, da schwitzt du ja umso mehr. Und meistens sind da ja die Ohren ja auch da mit am Schwitzen. Also hier eine optimale Lösung. Das sind unsere wasserdichten, ist unser wasserdichter MP3-Player mit Hörern eingebaut. Und dazu die passenden Aufsätze. Die Bestellnummer ist die PX2575569. Und sie können sich wirklich als diesen vollwertigen MP3-Player alle Musik- oder Hörspiele draufladen. Ein Sensationspreis, wirklich unschlagbar günstig für 56,91 Euro. Ein wahres Schnäppchen. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema Fitness. Das ist ja auch wichtig bei unserem Hitzespezial, trotzdem fit bleiben. Und dafür hat jetzt die Kathi schon das Richtige an ihrem wunderbaren Handgelenk. Ein Fitnessarmband. Und die sind momentan der Renner. Das ist ein totaler Trend. Ich glaube, man sieht es überall in den Medien. Und jeder, der irgendwie ein bisschen eine Affinität zum Sport hat, sich ein bisschen mehr bewegen möchte, der kauft sich so ein tolles Fitnessarmband. Weil das ist natürlich nicht nur, um sich zu überwachen beim Sport, sondern auch um sich zu motivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier sehen wir einmal das Display. Schau mal, die Uhrzeit wird angezeigt, das Datum. Und dann kann ich hier ganz einfach auch so drüber streichen. Das ist hier alles mit Touch gemacht. Schau mal an. Da siehst du nämlich direkt die Kalorien, die verbraucht worden sind. Ich hatte es jetzt noch nicht um. Du siehst die Distanz, die du zurückgelegt hast. Hier siehst du zum Beispiel auch die Zeit, die du schon aktiv warst. Und wie viele Prozent deines Tagesziels du schon erreicht hast. Das ist ja meistens gar nicht so einfach, so etwas in dem Alltag unterzubringen. Also auch die ganzen Informationen, die möchte man gerne mal wissen, wie oft laufe ich. Zum Beispiel, wenn ich einen Hund habe, habe ich vielleicht schon meine Schritte richtig. Habe ich die richtigen Fitnesspegel? Das haben wir ja alles in einer kleinen Uhr. Genau. Und das zeichnet das hier alles auf. Und das Tolle ist, du kannst es dann direkt an dein iPhone übertragen. Da lädst du einmal eine App runter. Die ist kostenlos. Und die kannst du dann auf deinem Smartphone installieren. Und da werden dann alle Daten immer wieder synchronisiert. Von deinem kleinen Fitnessarmband zu deinem Smartphone. Das kann ich Ihnen gerne mal zeigen, wenn Sie das möchten. Dann nehme ich einmal mein Gerät hier vorne. Schau mal. Und da. Und da ist das Smartphone. Das ist jetzt auf mich hier eingestellt. Da kann man alles direkt, ich zeige es dir mal so, kann ich es direkt auf mich alles personalisieren. Das heißt, ich gebe hier meine Körpergröße. Ich habe das Foto nicht selber ausgesucht. Vielen Dank dafür. Man gibt hier direkt die Körpergröße dementsprechend ein. Das müssen wir hier bei mir mal löschen. So groß bin ich ja hier nicht. Ich bin 1,72. So. Doch so groß. Also ich sage ja, 20 Zentimeter bist du halt größer. Das machen wir auch weg. So viel wiegen wir ja gar nicht. Was machst du denn da alles? Ich gebe das an Schrittlänge, das müsste passen, Alter, weiter. Also man gibt seine persönlichen Daten alle ein. Kann natürlich auch ein schönes Foto reinmachen. Und dann kann man das alles speichern und kann zu den Einstellungen gehen und schauen, zum Beispiel hier dann, was mein Tagesziel ist. Da kann ich das dann eingeben und kann schauen, ob, nee, ich habe mich noch nicht bewegt. Man sieht das jetzt auch. Ich hatte heute mein Fitnessarmband noch nicht um. Ich war ein bisschen faul. Aber da hat sie gestern richtig viel Sport gemacht. Sie ist nämlich direkt gestern Sport machen gegangen. Und da wäre ja optimal gewesen, so das Armband schon aktiviert zu haben und anzuhaben. Natürlich, also man kann, wie gesagt, sich toll motivieren, überwachen. Und man hat dann alle Daten direkt auch mal, um die auszulesen. Und nicht nur die Daten vom Tag, das ist ganz wichtig, sondern auch zum Beispiel in der Nacht. Da kann man schauen, wie habe ich geschlafen? Wie lange habe ich geschlafen? Hatte ich vielleicht Wachphasen zwischendurch, wo ich unruhig geschlafen habe? Genau, du lässt es einfach nachts an und es hat dann so einen Bewegungssensor integriert. Und das misst dann natürlich auch, wenn du nachts irgendwie aktiv warst. Und dann kannst du das genau mal alles schön hier abmessen. Und das wird dann auch in so Grafiken toll angezeigt. Also eine tolle, tolle Sache. Diese tolle Sache verstehe ich aber nicht. Wie kann das funktionieren mit einer einfachen Armbanduhr, die ich... Also es ist ja eigentlich gar keine einfache Armbanduhr, aber wie kann das mit dieser Uhr funktionieren? Das ist ein kleiner Computer. Das ist ein kleiner Computer. Da ist alles Mögliche an Technik verbaut in diesem kleinen Gerät. Das sieht man hier hinten auch sehr gut. Ah, da ist ein Sensor oder sowas, ne? Ja, nicht nur ein Sensor, da sind ganz viele Sensoren verbaut. Weil ich wollte Ihnen nämlich noch was Tolles zeigen. Das mache ich jetzt mal so. Hier ist nämlich auch ein Pulsmesser integriert. Und zwar, wenn man das auf die Haut auflegt und die Kontakte dann hier greift, kann man hier vorne... Genau, hier drauf fassen und dann werden so Herzchen angezeigt, schau mal. Genial. Und dann wird nämlich der Puls gemessen auch gleich mit. Schau dir das an. Das ist optimal für jeden im Alltag. Das sollten Sie auf jeden Fall sich jetzt anschaffen zu diesem wunderbaren TV-Sonderpreis. Mein Puls wird irgendwie nicht angezeigt. Vielleicht lebe ich auch schon gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Das heißt, jetzt finden Sie die Bestellnummer. Das ist die PX 37 56 569. Und wir sehen jetzt auch noch mal wunderbar die Zusammenfassung, was alles drin ist in unserem Fitness-Armband. Also wirklich jede Menge drin verbaut. Schauen Sie noch mal kurz drüber und rufen Sie schnell an unter der eingeblendeten Telefonnummer. 56,91 Euro. Das ist ja unser TV-Sonderpreis. Wunderbar, ganz einfach zu installieren, indem Sie sich ganz einfach auf Ihr Smartphone die kostenfreie App dazu runterladen. Und das ist mal für den Alltag optimal. Sie sind ja alle berufstätig oder waren berufstätig. Und das sollten Sie auf jeden Fall nicht verpassen, sondern zu Hause haben und wirklich kontrolliert mal seine Tage passieren lassen. Das ist ein tolles Gerät. Aber jetzt haben wir auch wieder was Tolles. Das hat aber was mit der Sonne zu tun, damit Sie optimal geschützt sind. Und gerade heute sollte jeder eine Sonnenbrille haben und meistens nicht nur eine, sondern am besten auch mehrere. Weil man lässt immer eine gerne im Auto, die andere hat man zu Hause. Und auch natürlich eine für den Urlaub oder auch gleich zwei, damit man ein bisschen variieren kann. Hier habe ich ein tolles Modell für Sie mitgebracht und Sie werden gleich staunen. Weil das ist eine schicke Sonnenbrille in diesem City-Look. Ich setze sie mal auf, dann können wir es uns mal anschauen. Sieht schon mal sehr schick aus, aber Ihnen fällt was auf. Sie sehen momentan meine Augen noch. Die Gläser sind noch relativ hell. Und jetzt drücke ich hier oben mal auf das Knöpfchen und schau mal, was passiert. Genial, das ist wie ein kleiner Computer, wieso sehe ich jetzt nichts mehr? Der Knopfdruck. Irre, oder? Das sind sieben Tönungsstufen eingebaut. Ich kann es auch wieder hell machen natürlich, schau mal. Aber jetzt ist es ja Hammer, ich habe vorher gar nichts gesehen. Toll, oder? Das ist ja Hammer. Hat sieben Tönungsstufen verbaut. Das heißt, ich kann selber variieren, wie dunkel ich sie haben will. Ganz nach Lichteinstrahlung. Das ist ja grandios. Wir haben hier einen UV-Schutz von 400, der besteht immer, egal wie hell sie die haben. Und hier oben, da kann ich Ihnen mal zeigen, da sind so kleine Knöpfe, rechts und links. Da, die sieht man fast gar nicht. Ganz dezent da oben in diesem Gold. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, schauen Sie mal, zack, ist es dunkel. Und dann drücke ich noch mal. Schau mal, sieben Stufen, zack, wieder hell. Ist das toll? Das ist richtig toll. Also ich bin richtig begeistert. Vor allen Dingen kannst du wirklich so inkognito machen und das wirklich runterfahren per Knopfdruck. Da wechselt man ja meistens die Sonnenbrille. Und wir schauen direkt mal, weil diese Sonnenbrille hatte schon jemand auf. Wir hatten ja einen netten Herrn hier im Studio. Sky Dumour. Sky Dumour, das ist ein Gentleman. Und der hatte die auch auf. Und auch der war total begeistert von dieser Sonnenbrille, weil man die so schön tönen konnte. Da schauen wir jetzt direkt mal rein. Das ist eine ganz besondere Sonnenbrille. Und die werden Sie wahrscheinlich lieben. Wir sind jetzt Men in Black. Ja. Oder Mafia. Können wir Men in Black mal sehen? Bisschen mafiös. Super. Man kann diese Sonnenbrille in der Helligkeit verändern. Echt? Und das ist das Schöne. Oh. Ja. Cool. Cool, ne? Das ist einfach richtig. Warte mal, war mal heller? Ja. Soll ich mal dazu singen? Ich kann mal dazu singen. Caramba, carajo, ein Whisky. Nicht? Verflucht, halleluja. Ich hab so ein bisschen, oder? Absolut geile Dinger hier. Ja, ne? Kannst du hell machen, kannst du dunkel machen, wie du gerne möchtest. Du hast hier so zwei Knöpfe und da gehst du eben rauf oder runter. Also einfach, siehst du ja nicht. Sieht man das in der Kamera? Sieht ja echt geil aus mit dem Ding. Richtig scharf. Also richtig gigantisch. Und auch unser wunderbarer Skyrimore ist fasziniert von dieser wunderbaren Sonnenbrille. Hoffentlich sind sie es auch, denn die Bestellnummer, die gebe ich Ihnen jetzt durch. Das ist die NC 1995 569. Ach, und dann noch ein sensationeller Preis für 18,91 Euro. Und somit auf dem besten Stand sein. Vor allen Dingen total up-to-date und modern. Und per Knopfdruck können sie sich sieben verschiedene Stärken einstellen. Der Dunkelheit oder Helligkeit. Ganz per Wunsch einstellbar. Jetzt haben wir natürlich noch eine weitere Sonnenbrille, die auch ultra schick ist. Und ich finde sie total wieder stylisch. Ich liebe das Wort sowieso stylisch. Und es ist halt auch elegant, modern, also wieder ganz schön sportlich. Genau, sportlich ist das Stichwort, denn das ist eine richtige Sportsonnenbrille. Wenn Sie viel unterwegs sind, wenn Sie gerne Skilaufen gehen, auch vielleicht viele Ausflüge machen und sich wechselnden Lichtverhältnissen anpassen, dann ist das Ihre neue Sonnenbrille. Denn hier haben wir die Möglichkeit zwischen drei Gläsern zu variieren und auch zwischen zwei Möglichkeiten sie zu tragen. Entweder mit diesem schicken Bügel, den wir jetzt hier dran haben, oder auch mit dem tollen Kopfband. Das kann man einfach umstecken. Und dann kann man hier individuell seine Brille an sich, seine Tätigkeit und auch die Wetterverhältnisse, die herrschen, anpassen. Bei mir siehst du jetzt hier gerade das Orange-Modell. Also hier sind diese orangefarbenen Gläser drin. Das sind Kontrastgläser. Die werden eingesetzt zum Beispiel bei Dämmerung oder bei schlechtem Wetter, weil die kontrastverstärkend wirken. Ich setze sie jetzt mal auf, damit Sie mal sehen, wie schick das aussieht. Schauen Sie mal. Das sieht richtig aus. Ich habe eben gesagt, das ist nicht nur schick. Also die haben ja wirklich diese Polster. Die sitzt unheimlich angenehm. Also richtig toll. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Schauen Sie mal hier. Sehen Sie das? Hier sind so Polster eingebaut. Sehr angenehm zu tragen, vor allem wenn man dann halt wirklich irgendwo aktiv ist. Also ich gerade hier diese Kontrastbrille für zum Beispiel Dämmerung oder schlechte Sichtverhältnisse ist natürlich perfekt. Wenn man zum Beispiel beim Skilaufen ist und gerade mal schlechte Sicht ist, dann diese Brille hier auf. Also optimal für den Sport, also wirklich so genial gepolstert und dann auch noch mit dem Kopfband hier. Das ist mal eine optimale Ergänzung, auch wenn Sie Fahrrad fahren oder so. Dann kennen Sie natürlich den Moment, dass wenn Sie viel Fahrrad fahren und dann schwitzen Sie auf der Nase, dann rutscht die Brille runter. Das hast du ja hier komplett gesichert. Wie befestige ich jetzt zum Beispiel dieses wunderbare Kopfband, liebe Kathi? Da wird hier an den Seiten quasi der Bügel rausgenommen. Das ist quasi einfach nur so ein Clip. Schau mal, da nehme ich das raus. Und dann setze ich hier einfach den nächsten rein. Zack. Und hier auf der anderen Seite auch nochmal. Hier drauf drücken, dann hier der raus. Und hier wieder den nächsten Clip rein. Das ist ja richtig. Ich sehe, das ist richtig einfach. Schau, ruckzuck ging das hier. Und dann habe ich es natürlich, gerade wenn ich jetzt halt irgendwo beim Skifahren unterwegs bin, kann ich das mit diesem wunderbaren Band dann aufsetzen. Ach herrlich. Das ist ein bisschen wie eine Taura-Sonnenbrille, hätte ich jetzt schon gesagt. Ist genial. Also meistens verzichtet man ja auf so Sonnenbrillen, wenn man Sport macht und blendet sich dann mit der Sonne herrlich. Aber hier ist man wirklich optimal ausgestattet mit dieser Sonnenbrille. Und wirklich, das sieht ja auch toll aus bei dir. Richtig schick, richtig modern und trotzdem sportlich. Jetzt kann ich in den Abfahrtslauf bei schlechtem Wetter. Richtig sportlich. Kann jetzt kommen. Da bin ich gerüstet. Ja, Sie müssen nur anrufen. Die eingeblendete Telefonnummer, die sehen wir unten. Und jetzt die Bestellnummer, die NC 83 97 569 für unsere wunderbare Sportsonnenbrille mit auswechselbaren Tönungsgläsern. Und dazu noch zu einem so spektakulären Preis wieder hier bei Pearl TV. Rufen Sie jetzt an für 18,91 Euro ist das Ihre neue Sportsonnenbrille. Wunderbar gepolstert hier an der Nase, um Auge herum. Also sitzt auch optimal für jedes Gesicht geeignet. Passt sich optimal Ihren Gesichtszügen und natürlich der Gesichtsform an. Ist wirklich ganz, ganz schick. Deshalb hier wirklich schnell zugreifen. Eine tolle Sache, gerade wenn Sie ein bisschen aktiver sind. Und wir sehen jetzt auch nochmal wunderbar hier schon im Einspieler unser Produktwechsel. Auch wieder mit einer schicken Sonnenbrille. Aber es geht jetzt um was ganz, ganz anderes. Nämlich ein wirkliches Highlight für Sie in der Freizeit. Daheim und fürs Auto. Und überhaupt fürs Pigment, fürs Strandausflüge. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Oder für den simplen Alltagsgebrauch, wenn Sie bei der Hitzewelle einkaufen gehen, um die kühlte Kältekelle nicht zu unterbrechen. Und ich bin schon begeistert. Wir haben ja wirklich die wunderbare Farbe jetzt auch schon hier. Und dann eine Trollifunktion. Die muss ich direkt mal betonen hier. Aber wir müssen erst mal die Kati erzählen lassen. Ich bin so begeistert. Ich liebe es. Ich habe es schon im Auto. Die Tiefkühltruhe hier. Unsere wunderbare. Eine thermoelektrische Kühl- und Wärmebox. Wärmebox. Hier steht sie schon vor uns. Natürlich. Jetzt ist natürlich die Kühlfunktion sehr viel interessanter bei diesen Temperaturen, die wir hier haben. Und Sie sehen hier, es sieht aus wie eine ganz normale Kühlbox. Aber es ist wirklich sehr viel mehr. Denn es wird an den Strom angeschlossen und kühlt dann selbstständig. Das bedeutet für Sie, ich drehe es mal so ein bisschen, damit wir hier die Anschlüsse sehen können. Geht das? Da sehen wir sie jetzt, glaube ich, ganz gut. Man kann hier zwischen Heizfunktion und Kältefunktion umstellen. Das heißt, wenn du mal was Heißes transportieren möchtest, kannst du sie auch auf Heizen stellen. Momentan, wie gesagt, für uns die Kühlfunktion sehr viel interessanter bei diesen Temperaturen. Ich finde beide Funktionen aber toll. Du kannst es wirklich für ein ganzes Jahr benutzen. Ja, das ist es. Wirklich ganzjährig perfekt für jede Situation. Und die ist ja auch richtig groß hier mit 30 Litern. Die ersetzt ja fast einen Kühlschrank. Also wirklich eine tolle Sache. Und hier sehen wir es direkt. Da sind zwei verschiedene Anschlüsse. Genau. Und zwar einmal für ganz normalen Strom, also den, der für Steckdose quasi betrieb. Und dann das nächste ist für den Betrieb im Auto. Und jetzt wird es natürlich interessant, weil gerade was du eingangs gesagt hast, wenn ich jetzt einkaufen fahre oder eine Kühlkette habe, die will ich nicht unterbrechen. Und deshalb nehme ich die dann mit ins Auto, schließe die an und die kühlt wunderbar runter. Deshalb hier direkt zugreifen. Wenn Sie nämlich zum Beispiel auch Einkäufe machen möchten, dann ist das ein Riesenthema momentan bei der Hitze. Weil man fährt dann zum Beispiel zu seinem Supermarkt, kauft etwas ein. Und dann fährt man vielleicht noch weiter, fährt vielleicht noch zum Bäcker, um noch kurz ein Brot zu holen. In der Zeit sind meistens die Einkäufe, die man dann gekauft hat, gerade Tiefkühlprodukte und natürlich auch Fleisch, Wurst, Käse, die zergehen ja direkt. Die sind direkt schlecht. Sofort, weil das Auto ist dann meistens schon so aufgeladen, aufgehitzt. Ist mir selber schon passiert. Fleisch, Hackfleisch gekauft, Kühlkette unterbrochen, bin nach Hause gefahren. Das Hackfleisch war schlecht. Ich konnte es nicht mehr nutzen. Hätte ich das gute Stück vorher schon gehabt, hätte ich es auf jeden Fall angeschmissen, weil das nimmt auch überhaupt keinen Platz weg. Das ist wirklich ultra praktisch. Die passen wirklich sehr gut hinter den Beifahrersitz übrigens. Die kann man da toll hinterstellen. Ganz, ganz klasse. Und hier die 30 Liter. Und wir gucken direkt mal rein, was da alles reinpasst. Zack, da haben wir so. Warte, ich drehe es mal wieder so ein Stück. Und dann können wir schauen, weil 30 Liter ist natürlich richtig viel. Sehen Sie das, was da alles hier drin ist, Kathi? Da haben wir bis oben vollgepackt mit jeder Menge Sachen. Schau mal hier, da ist ganz viel Obst drin, ganz viel Getränke. Wenn wir hier mal alles auspacken, Gottes Willen. Dann schauen Sie mal an, das hört gar nicht auf. Da ist immer mehr drin. Ein paar Bananen, lecker. Immer mehr. Noch mehr Getränke bei 30 Liter Fassungsvermögen. Da passt schon eine ganze Menge an. Da können Sie schon für die ganze Familie wieder einen Großeinkauf machen. Ja, genau. Da passt wirklich alles rein. Und natürlich auch ideal nicht nur für Ihre Einkäufe hier im Sommer, sondern auch wenn Sie in den Urlaub fahren oder zum Beispiel an den See oder ins Freibad. Da muss man ja auch ein bisschen was mitnehmen an Picknicksachen. An den See mit so einem wunderbaren Ding. Du musst es noch nicht mal tragen. Genau, das ist es. Das können wir ja mal zeigen. Ich packe hier mal wieder alles rein. Ja, komm. Hier ist ja diese tolle Trolley-Funktion. Da fliegt die Banane und die Traum wieder rein. Da fliegt die Banane schon rein. Und auf geht's, zack, zu. Und schon ist das Ganze wieder verpackt. Schauen Sie mal, hier an der Seite ist nämlich dieser tolle Trolley-Griff. Und hier die Rollen. Ausziehbar und auf der anderen Seite die Rollen. Das heißt, man kann es ganz einfach hinter sich herziehen. Man muss nicht mal tragen. Also selbst die Frau kann wirklich alleine dann mit so einer riesen Kühltruhe hier losziehen. Das heißt für Sie, meine lieben Frauen, selbst Sie können 30 Liter komplett bis oben hin füllen mit all Ihren Leckereien. Und die Kilo Schokolade, die wir brauchen, der können Sie alles reinknallen und trotzdem transportieren. Denn Sie können es locker wie Ihrem Koffer hinter sich herziehen. Die Bestellnummer für unsere Kühl- und Wärmebox ist die NX 1183 569. Ein TV-Sonderpreis gilt natürlich wieder nur zwei Stunden. Das heißt, jetzt anrufen und bestellen für 79,90 Euro. Oder auf www.pearl.tv kriegen Sie das gute Stück auch. So, jetzt sind wir beim Kühlen gewesen vom wunderbaren Kühlschrank. Vielleicht aber haben Sie sich zu zweit eine Flasche Sekt oder was anderes genommen und kriegen dafür ein wunderbares Flaschenkühler. Genau, du sagst es und der ist wirklich ganz, ganz toll. Sie sehen es hier für alle Flaschen, für ein kleines Sektchen, ein Weinchen oder was Sie sonst noch so kühlen wollen, ohne Probleme. Sie legen dieses Pad einfach in entweder den Kühlschrank, die Gefriertruhe oder auch zum Wärmen in die Mikrowelle. Das geht auch? Und dann wird es ja einfach nur um die Flasche herumgelegt und natürlich hier mit dem Klettverschluss geschlossen. Schau mal. Und schon bleibt diese Flasche jetzt. Das erinnert mich aber wirklich an so, wirklich so schon Kühlbehälter. Das sieht ja schon wirklich cool auch aus, wenn du so wirklich beim Restaurant sitzt. Das sieht trotzdem schick aus, richtig süß. Vor allem für 3,52 Euro. Wir müssen mal drüber, also 3,52 Euro und Ihre Flasche bleibt anderthalb Stunden schön gekühlt. Man sitzt meistens beim Essen wirklich anderthalb, zwei Stunden. Das ist so eine klassische Zeit, wirklich, die man beim Essen sitzt. Man sitzt draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse. Es ist heiß, da ist ruckzuck das Getränk kalt. Deshalb hier direkt so einen Flaschenkühler drum legen und schon können Sie anderthalb Stunden entspannt draußen sitzen. Die Flasche ist kalt. Und das ist mal eine Aussage. Die Flasche ist kalt. Das heißt jetzt anrufen und was Gutes gönnen. Denn die Flasche ist nicht nur kalt, sie bleibt sogar kalt. Und das zu einem spektakulären Preis von 3,52 Euro. Ganz wichtig auch der Aspekt. Sie können da tatsächlich auch Getränke mit warm halten. Das Ganze können Sie quasi nur in die Wärme, zum Beispiel in Wärme aussetzen. In Backofen geht das auch? Mikrowelle würde ich vorschlagen. Mikrowelle hat ja mittlerweile jeder Haushalt. Also jeder hat eine Mikrowelle. Ich habe noch keinen Haushalt gesehen, der keinen hat. Einfach reinstecken und dann den Tee warm halten. Aber jetzt optimal. Wir sehen es hier nochmal. Das sieht ja richtig schick aus, Kathi. Und das ist so einfach ins Vierfach tun und einfach wie so eine Jacke anziehen. Ja, und gerade wenn du Gäste hast, jetzt auf Gartenparty, du sitzt draußen abends noch beim Grillen, die Nachbarn sind vielleicht rübergekommen. Für 3,52 Euro, da bestelle ich mir gleich zwei oder drei. Dann mache ich das schnell mal um alle Weißweinflaschen drumherum. Und dann sitzt du da einfach anderthalb, zwei Stunden und es bleibt alles kalt. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Du musst nicht immer wieder reinrennen oder auch so ein Kühler. Da geht ja dann das Eis irgendwann, das schmilzt ja dann auch über längere Zeit. Das ist so toll. Hier gar keine Sorgen. Schauen Sie sich das an und immer wieder verwenden. Einfach wieder abmachen, wieder ins Gefrierfach und schon können Sie es wieder verwenden. Vor allen Dingen ist das ja so platzsparend. Also wenn du das jetzt zum Beispiel ins Gefrierfach tust, das nimmt ja wirklich keinen Platz weg. Also diese riesen Kühlakkus, die wirklich so ein ganzes Fach manchmal voll schon sind, das ist ja wirklich ultradünn. Wir sehen wirklich, hier ist nichts an Dicke bei. Das heißt, super große Leistung, wieder für eine kleine Verpackung, sage ich mal, anrufen, bestellen und gleich zwei, drei bestellen, wie Kathi sagte, weil man hat ja, wenn man Gäste da hat, zwei, drei Flaschen Wein da jetzt anrufen und bestellen. Ist wirklich ganz, ganz schick. Und das werde ich mir auch definitiv direkt hier mitnehmen nach der Präsentation, weil ich finde es wirklich unglaublich praktisch. Und ich hatte das jetzt schon einige Male, dass man dann wirklich draußen gesessen hat, ich eine Flasche hatte, die direkt aus dem Kühlschrank auch kam. Die war schon kalt, aber die stand dann wirklich ungelogen zehn Minuten draußen und schon war es alles lauwarm. Also so viel Eis kann man gar nicht in die Gläser machen. Deshalb hier bitte kühl halten, einfach so eine Manschette drohen. Wirken wir jetzt entgegen, indem das Sie anrufen und bestellen. Die Bestellnummer ist die NC 32 21 569. Gönnen Sie sich zwei, drei Stück. Und vor allen Dingen, ganz wichtiger Aspekt, Ihre Getränke, die verwässern nämlich nicht. Die werden nur gekühlt und das angenehm gekühlt und bleiben auch kühl. Die eingeblendete Telefonnummer da unten schnell anrufen und bestellen. Ja, und dann haben Sie immer kühle Getränke, so wie Sie es wünschen. Und das ist doch mal eine optimale Aussage. Der Sommer ist da oder der Wein, zu jedem Zeitpunkt können Sie das kühlen. Wir sehen jetzt aber schon im Bilde das Highlight von Kathi und mir, unseren kleinen Mini-Luftkühler. Und da steckt wirklich was ganz Großes drin, nämlich jede Menge Luft per Knopfdruck. Du sagst es, wirklich schöne, frische, gekühlte Luft. Das ersehnt man sich so ein bisschen jetzt die letzten Tage. Es war natürlich schon sehr heiß, es soll wieder sehr heiß werden. Hier war es heute schon sehr heiß, morgen sollen 34, 35 Grad werden. Also wirklich ganz, ganz warm. Und da braucht man dann solche kleinen Luftkühler natürlich. Und hier diese Mini-Luftkühler sind flexibel einsetzbar. Das bedeutet natürlich, man kann sie mitnehmen, zum Beispiel in die Küche, ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer. Man kann sie überall hinstellen, auch an den Schreibtisch mal, wenn man irgendwas schreiben muss. Und man hat hier wirklich per Knopfdruck direkt tolle, frische Luft. Wie das funktioniert, das kann ich Ihnen gerne auch mal zeigen. Wir haben hier oben ein tolles, übersichtliches Bedienpanel. Da mache ich es einfach an. Und dann ist hier erstmal ein Ventilator verbaut. Zwei Stufen kann man einstellen, Intensitätsstufen. Ich mache jetzt mal auf High, das heißt auf Intensiv. Das merke ich hier vorne gleich, da kommt wirklich richtig schöne, angenehme Luft direkt raus. Und wenn ich dann hier noch zusätzlich die Kühlung einschalte, dann wird hier unten das Wasser, welches in diesem Wassertank ist, das sehen wir jetzt hier auch gerade sehr gut, da sieht man auch die Wasserstandsanzeige, wird verdunstet. Das ist nämlich ein Verdunstungsluftkühler. Das bedeutet, durch dieses physikalische Prinzip der Verdunstung, wird die Luft, die über das Wasser kommt, verdunstet und kommt dann vorne raus. Und zwar kalt. Ich bin jetzt gerade in der Fragestellung, was kann ich mir als Zuschauer unter physikalische Verdunstungskälte vorstellen? Das ist das Prinzip, wenn quasi Luft über Wasser oder durch Wasser verdunstet wird. Das kennen die meisten Zuschauer, glaube ich, durch Schwitzen einfach. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man schwitzt und man hat Schweiß auf der Haut und dann kommt so ein Luftzug über die Haut, dann fühlt es sich plötzlich auf ihrer Haut kälter an. Oder zum Beispiel auch, wenn sie mit nassen Haaren nach draußen gehen. Das kennt man auch. Das hat früher schon Mutti gesagt, nicht mit nassen Haaren raus, sonst erkältest du dich. Warum erkältest du dich? Wegen dem physikalischen Prinzip der Verdunstung. Da kommt nämlich dann die Luft auf die nassen Haare und dann fühlt es sich kälter an. Da entsteht Kälte. Und das passiert hier in diesem Luftkühler auch. Und das kommt dann hier vorne raus, wenn ich hier oben die Taste drücke, zack, wird es zugeschaltet. Und dann kommt hier Luft raus und die ist so circa 4, 5 Grad kälter als die Umgebungstemperatur. Wollte ich dich gerade fragen, wie das ungefähr ist, wie ich mir das vorstellen kann, wie viel kühler es ist. Aber Katja hat es ja schon vorweggenommen. Also 4 bis 5 Grad kälter, das ist mal eine Ansage für ihre Umgebung. Und vor allen Dingen wirklich durch diese Schneeflocke ganz leicht zu bedienen. Und ich sehe jetzt auch gerade, es ist ja einfach nur ein Ventilator. Und dann drücken Sie hier einfach die Schneeflocke und dann haben Sie Ihren Wunsch. 4 bis 5 Grad kälter, wie Sie es sich wünschen. Und das ist ja auch wirklich optimal. Wie lange hält denn hier zum Beispiel das Ganze ohne Kabel? Also wir haben momentan Ihnen hier auch per Akkubetrieb laufen, ist Ihnen vielleicht zu Hause aufgefallen, kein Akku mit dran. Das sind ungefähr 4 Stunden, die es dann hält. Das ist schon eine Menge. Also mit dem Akku und dann kann man es natürlich wieder an den Strom anschließen. Das ist ja mal richtig flexibel. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Camping bin oder draußen auf der Rasse, können Sie sich ganz bequem auch unterm Tisch stellen, damit Ihre Beine gekühlt werden. Ja, und das ist Ihr Bestellnummer, die NC571-5669. Zur Zeit müssen Sie schnell anrufen und das Ganze sich sichern und bestellen. Für 37,91 Euro. Die gehen ganz schnell weg. Das heißt, jetzt anrufen und sich das Ganze sichern und dann wirklich optimal gekühlt sein per Knopfdruck mit unserem wirklich Markenprodukt Sichler Mini-Luftkühler. Das war jetzt unser kleiner Luftkühler. Aber von allen Kleinen gibt es ja einen größeren Bruder und einen ganz großen Bruder. Und den haben wir jetzt hier, den großen Verdunstungsluftkühler. Ich würde sagen XL. Ja, auf jeden Fall. Der ist dann halt schon für Räume gedacht. Das erste Gerät, was wir gesehen haben, ist halt klein und kompakt. Das ist für eine Person, um sich halt an einer bestimmten Stelle Luft zukommen zu lassen. Dieses Gerät hier ist dann schon für gesamte Räume, um halt wirklich mal in den Wohnzimmerbereich runterzukühlen oder auch in den Schlafzimmer. Man sieht hier direkt, sehr viel größer gebaut und natürlich auch unten wieder ein großer Wassertank. Der ist hier mit 20 Litern. Der ist ja gigantisch groß. 20 Liter passen da rein. Der ist ja mal eine Menge. Das sind ja 20 Flaschen Wasser. Mein Gott, ist das ein großer Wassertank. Wo fülle ich den denn ein? Hier an der Seite ist so eine kleine Klappe. Die kann ich aufmachen. Ach so. Am besten mit einer Gießkanne, würde ich sagen. Oder halt wirklich mit Wasserflaschen, wie du es gerade gesagt hast, befüllen. 20 Liter gehen da rein und dann läuft der hier erst mal. Und natürlich auch mit diesem Prinzip der Verdunstungskühlung, was wir eben gerade schon kennengelernt haben. Ja, aber nur in X selber. Wir haben ja jetzt so etwas richtig Großes. Genau, in ganz Großes. Und natürlich ist auch der Ventilator, der hier verbaut ist, ein ganz anderer, sehr viel größer. Ich mache das Gerät mal an, hier oben auf Power. Und dann siehst du hier dieses Symbol mit dem Ventilator schon drauf. Da kann ich hochregulieren. Drei Intensitätsstufen haben wir. Und wenn du jetzt mal hier vorne, ich mache mal auf drei, wenn du jetzt mal anfasst, du merkst direkt, der Ventilator ist da schon. Der Power, da ist richtig Einsatz. Also Sie sehen, die Karten fliegen schon wirklich hier. Ja, das ist wirklich schon sehr intensiv. Also wenn du dich jetzt da vorstellen würdest, hätten wir Marilyn Monroe Effekt, das Gleitfliegtuch. Das ist ja schon mal eine Aussage. Richtig Power. Kann ich den jetzt auch irgendwie, jetzt habe ich so die Ventilatorfunktion. Funktioniert das Ganze auch, dass er sich so ein bisschen nach links und rechts bewegt? Natürlich, das ist hier die nächste Tasse. Die Tasse, die wir sehen, das ist die Oszillation. Also die Schwingung quasi, die kann ich hier einstellen, damit die Luft auch noch bewegt wird. Und dann natürlich hier wieder die Taste mit dem kleinen Schnee-Symbol. Das ist der Luftkühler. Also da schalte ich quasi dieses, die Wasserkühlung zu. Dann wird die Luft wieder um circa vier Grad, fünf Grad unter die normale Raumtemperatur gekühlt und wird dann vorne durch den Ventilator noch abgegeben. Das fühlt sich halt sehr, sehr viel kälter dann an. Also ist eine richtig tolle Sache. Ganz natürlich, ganz natürlich. Und das wirklich auf einer Naturbasis, sage ich. Weil das funktioniert jeden Tag im Alltag. Schwitzen sie und haben das gleiche physikalische Ergebnis. Aber jetzt hast du ja gesagt, das ist ja ein wirklich Alleskönner. Wir haben ja noch mehr Funktionen verarbeitet. Und eine, da brenne ich ja schon drauf, das hat hier, ich sage immer Tannenbaum-Symbol. Aber es ist ein kleiner Baum-Symbol. Und was hat es damit auf sich? Das ist ein Ionisator, also ein Luftreiniger. Und Luftreiniger sind gerade jetzt im Sommer, wenn es so warm ist, sehr, sehr wichtig, weil natürlich viel Staub in der Luft ist. Viele Staubpartikel verteilen sich und durch Ventilatoren werden die auch noch im Raum verteilt. Mit so einem Ionisator werden die Staubpartikel quasi alle aufgefangen und aufgespaltet. Aber nicht nur Staub, sondern zum Beispiel auch Zigarettenrauch, Viren und Bakterien, Pollen, Milben. Also perfekt geeignet zum Beispiel für Allergiker, die ja im Sommer auch sehr leiden, weil viele Pollen in der Luft sind. Ja, und das ist doch schön, dass man dann wenigstens zu Hause frisch durchatmen kann mit dieser wunderbaren Windesbrise, die man sich wirklich per Knopfdruck machen kann. Also ich finde das eine ganz wichtige Sache. Du hast gesagt, selbst die Pollen sind damit zerlegt und gereinigt. Und wie schön ist das, wenn der Allergiker, ich habe selber in der Familie viele, die Heuschnupfen haben und alles, dass die wenigstens zu Hause keine dicken Augen kriegen und richtig schön durchatmen können. So wirklich frisch durchatmen und den Sommer endlich wieder genießen können und wenigstens in eigenen vier Wänden gesicherte frische Luft haben. Zusätzlich haben wir hier noch eine wunderschöne Timer-Funktion. Auch noch. Ganz wichtig, von 1 bis 8 Stunden programmierbar, dass Sie den auch einstellen können, zum Beispiel bevor Sie ins Bett gehen und den mal ein bisschen laufen lassen können. Oder während Sie zum Beispiel einkaufen sind, einfach mal laufen lassen. Das Ganze zusätzlich hier auch noch über die Fernbedienung zu steuern. Also nicht nur über das Display, sondern einfach zusätzlich über die Fernbedienung. Ganz bequem und komfortabel vom Bett aus, vom Sofa aus oder von weiter weg. Wenn Sie in der Küche sind, mal eben zack und schon geht der an. Perfekte Sache. Also wirklich alle Funktionen wieder in einem versteckt und das Ganze auch noch leicht zu bedienen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung optimal sogar bequem, wie Sie, Kati sagte, aus dem Schlafzimmer. Sie kennen das, Sie haben sich gerade hingelegt. Ach, Schatz, ich habe vergessen, den Luftkühler anzumachen. Machst du ihn an? Oh, nee, ich habe auch keine Lust. Also nimmt man einfach die Fernbedienung, legt sich die auf den Nachttisch und man hat die Macht immer parat, wann man das Ganze bedienen möchte. Und ganz toll finde ich diese Timer-Funktion, dass wenn Sie sich hinlegen, sagen Sie, also komm, lauf noch mal zwei Stunden und das schaltet sich ja wirklich dann gesichert von selbst aus. Ganz, ganz toll, ganz klasse. Und du hast gerade natürlich auch gesagt, individuell einsatzbar, also Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Überhaupt kein Problem für diesen Luftkühler, denn der steht unten auf Rollen. Das heißt, man kann ihn überall mit hinrollen, schon mal selbst auf Teppich. Richtig flexibel, so einen Bürostuhl, zack, zack, hast du den hier rumgeschwungen. Ja, selbst auf Teppich, überhaupt kein Problem. Du brauchst nur einen Stromanschluss, schon geht es los, weil diese tollen Luftkühler mit der Wasserkühlung haben auch kein Abluftkabel. Das heißt, einfach nur ein Stromkabel. Hier hinten sehen wir auch gerade schön das Filtersystem bei dem Gerät. Also hier nochmal extra die Filter, eine tolle Sache und ganz flexibel, zack, schau mal hier, roll ich mal wieder her. Ich bin wirklich wieder von den Socken, wie wir das sagen würden, im Rheinland hier. Also ich bin wirklich begeistert und vor allen Dingen überall flexibel einsetzbar. In den Raum, wo Sie es gerade benötigen, da können Sie ihn hinschieben und zwar ganz einfach mit den wunderbaren verbauten Rollen. Das heißt für Sie, meine lieben Zuschauer, wir haben jetzt schon die neue Bestellung fast ausverkauft. Es sind schon 80% weg. Jetzt anrufen und bestellen und sichern Sie sich die nächste Lieferung. Die Bestellnummer ist die NC5769569, 180,41 Euro. Das wird Ihnen auch noch versandkostenfrei an Ihre Wohnungstür geliefert. Und wenn Sie mal mit dem Auge zwinkern, bestimmt auch noch ins Wohnzimmer gestellt. Da geht es richtig los. Einfach nur auspacken, einstecken und loskühlen lassen. Das ist doch mal eine Ansage. Wunderbares Produkt für zum TV-Sonderpreis. Und jetzt kommen wir von der Luftkühlung zu einem ganz anderen Produkt, was Sie vielleicht auch begeistert. Ich finde es vom Design richtig schick. Und das ist doch mal was ganz Tolles, was Kati in der Hand hat. Eine kleine Wetterstation und zwar eine Design-Wetterstation mit Wettervorhersage. Und das für 6,56 Euro. Also das ist wirklich ein Knallerfreit. Nein, das ist so ein Kleiner. Vor allem für diese Design-Wetterstation. Schau dir die mal an. Die ist ganz toll gemacht. Man sieht es hier in dieser schwarzen Klavierlack-Optik von außen. Dann mit diesem silbernen Rahmen hier abgesetzt. Und dann hat die hier diese Soft-Touch-Tasten. Versuch mal die Taste. Merkst du das? Das ist so eine ganz tolle Oberfläche von den Tasten. Dieser Soft-Tast-Schlag. Dann geht es immer wieder in den Energiesparmodus zurück. Das ist super. Ist total süß gemacht. Und hier an der Seite, da sehen wir jetzt was Spannendes. Das mag ich ja total gerne. Und zwar ist hier die Wettervorhersage. Da kann man Wettertrends ablesen. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Weil du gucken kannst, okay, wie soll es denn werden die nächsten Tage. Und wir sehen hier, schau mal, wie das hochgeht in den roten Bereich. Siehst du das? Ja, der Sommer kommt zurück, meine lieben Zuschauer. Ich schau mal eben, wie viel Grad es sind. Da haben wir einen Plus von 6 Grad nochmal. Boah, das wird richtig heiß. Ja, das sind dann weit über 30 Grad. Weil auch heute hat mehr schon mehr als diese 24 Grad, die es momentan anzeigt. Also wenn da noch plus 6 Grad draufkommt, das wird richtig warm. Ja, jetzt wissen Sie, das wird richtig warm. Aber jetzt möchtest du aber auch wissen, wie wird es denn morgen, übermorgen. Da kann ich dir immer den Wettertrend aktuell an dem Morgen ablesen, wenn ich aufstehe. Natürlich, du siehst das hier immer gleich, wie das hochgeht. Gigantisch. Tolle Sache, oder? Ganz toll. Also ich weiß am Morgen, welche Jacke ziehe ich mir an, ziehe ich gar keine an. Nehme ich die dünne Jacke, die Stankelacke, die dicke Daunenjacke mit. Weil das war ja in den letzten 2 Tagen richtig kalt geworden. Ja, und wir haben auch was Süßes noch hier. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen. Weil hier ist ja die Luftfeuchtigkeit und hier unten steht noch Komfortlevel unten drunter. Und da sind so kleine Smileys. Und wenn es im richtigen Bereich ist, dann lächelt das Smiley, so wie jetzt gerade. Ansonsten kriegt das Smiley ein böseres Gesicht oder so ein neutrales Gesicht. Also hier wird direkt angezeigt, wenn es zu viel oder zu wenig Luftfeuchtigkeit ist. Auch das noch. Das ist mal eine richtige Auswahl. Aber ich sehe auch gerade, ich muss ihn nicht unbedingt auf den Nachttisch hinstellen. Ich sehe da hinten noch eine Öffnung, das heißt, ich kann ihn auch aufhängen, gell? Du kannst ihn auch aufhängen, du kannst den Fuß hier unten abmachen und dann hier diese Öffnung benutzen, die hier extra eingearbeitet ist. Das heißt, auch einfach an die Wand hängen zum Beispiel, wenn man möchte. Aber natürlich auch schick einfach so aufgestellt. Weil wirklich dieses Design ist traumhaft, oder? Schau dir das mal an. Ja, richtig schön. Also mir gefällt das. Es ist wie so ein richtiger Bilderrahmen, nur dass da eine Uhr drin ist. Das ist wirklich ein ganz wunderbarer Look hier, den wir sehen. Ganz aufregend gemacht, ganz schick, modern. Und dann natürlich hier diese tollen Soft-Touch-Tasten. Und man weiß wirklich immer auch direkt, wie ist die Temperatur, wie ist die Luftfeuchtigkeit. Weil viele haben natürlich auch körperliche Beschwerden dann, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Ja, und da sehen wir das dann alles. Das heißt, für Sie, meine Lieben, für einen ganz günstigen Preis von 6,56 Euro kriegen Sie hier eine Design-Wetterstation. Ein wunderbarer Look hier und das zu einem sensationellen TV-Sonderpreis. Rufen Sie jetzt an unter der eingeblendeten Telefonnummer. Die Bestellnummer ist die NC 7060 569. So, jetzt wissen wir, wie das Wetter die nächsten Tage wird. Das heißt, für Sie, meine lieben Zuschauer, es wird richtig heiß. Bestimmt auch bei Ihnen in der Ecke. Auf jeden Fall hier unten im Süden, richtigen Freiburg, wird es richtig heiß, 36 Grad, 38 Grad. Aber wenn Sie zum Beispiel im Dachgeschoss wohnen und eine riesen Fensterfront haben, da müssen Sie ja schon richtig gegen kühlen können, damit Sie diese Hitzewelle in den eigenen vier Wänden runterkriegen. Und dafür haben wir jetzt das richtige Produkt. Genau, weil um da wirklich die Hitze wegzukriegen und dementsprechend runterzukühlen, bedarf es schon einer richtigen Klimaanlage. Und hier haben wir so ein Modell stehen. 880 Watt für 275,41 Euro. Da hast du noch ein Preis. Das größte Vorurteil bei Klimaanlagen, wenn man die kauft, oder auch so allgemein, was ich zum Beispiel gedacht habe, bevor ich die Klimaanlagen hier kannte, war immer, dass Klimaanlagen erstmal halt wirklich extrem teuer sind. Ich dachte, so eine Klimaanlage kostet mindestens 1000 Euro. Und dann habe ich hier unsere TV-Sonderpreise gesehen und war total begeistert. Hab gesagt, das ist mal ein Preis. Zudem kann sich wirklich jeder, jeder in Deutschland eine Klimaanlage leisten. Wir bieten natürlich auch die 3-Raten-Zahlung an. 3-Raten zu 0%. Das ist hier auf jeden Fall eine Option bei Klimaanlagen. Legen wir den auch an die Herzen den Leuten, ne? Ja. Da kann sich jeder eine Klimaanlage leisten. Da muss niemand wirklich zu Hause schwitzen. Da muss es niemandem schlecht gehen bei den Temperaturen, die wir momentan haben. Einfach eine Klimaanlage zulegen für kleines Geld und dann auch toll installieren. Das zeigen wir Ihnen auch gleich noch, wie das wirklich einfach zu installieren ist. Also ich erinnere mich da gerade, du hast ein gutes Thema angesprochen. Meine Mama ist ja auch 66, mein Papa 73. Und die sind es schon mit dieser Hitze, hatten sie schwer zu kämpfen und haben mich dann gefragt, Patricia, können wir deine Ventilatoren haben? Aber das reicht einfach nicht. Und dann habe ich den auch am Herzen gelegt, wie wäre es mit einer Klimaanlage? Und dann haben sie gesagt, ja, aber die ist ja so teuer, Patricia. Und dann habe ich gesagt, sie sind wirklich günstig und wir können das auch in 3 Mal machen. Also wir sind ganz ehrlich, meine Eltern haben jetzt auch nicht das Geld so auf der Tasche sitzen. Das ist schon viel, viel Geld. Und trotzdem hier, kleine Summe, die hast du wirklich ruckzuck in 3 Monaten mit einer kleinen Rate abgezahlt. Und vor allen Dingen, du hast was fürs Wohlbefinden getan. Sie können sich wieder zu Hause entspannen. Aber sag mir mal, von welcher Kälte sprechen wir hier? Von welchen Raumtemperaturen, die wir hier runterkühlen können? Von 16 Grad, also bis 16 Grad kannst du runterkühlen. Und das ist natürlich schon immens. Die ist sehr effektiv mit ihren 880 Watt. Und die meisten Leute haben natürlich dann auch immer Bedenken, was die Energieeffizienz dann angeht. Die sagen, oh, die verbraucht aber viel Strom. Und da möchte ich gerne direkt was zeigen hier vorne. Da sehen wir es hier, guck mal, die Energieeffizienzklasse, das ist hier Energieeffizienzklasse A. Das ist ja immer ganz wichtig bei elektronischen Geräten, dass man darauf achtet, dass sie halt wirklich eine tolle Energieeffizienzklasse haben. Und das haben wir hier bei unserer Sichler Klimaanlage. Also das ist eine Aussage, weil die meisten sind ja richtige Stromfresser. Hier haben wir wirklich, wie Kathi sagt, Energiesparklasse A. Das ist was ganz Tolles und wieder etwas sehr Hochwertiges. Spricht wieder für die Markenqualität von Hause Sichler. Also wirklich toll. Auf jeden Fall. Zusätzlich hier auch sehr, sehr einfach zu bedienen, diese Klimaanlagen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass jeder die wirklich schnell bedienen kann. Wir haben hier ein ganz übersichtliches Display. Einschalten hier. Dann haben wir die Sleep-Funktion. Das ist extra eine Funktion, wenn du sie im Schlafzimmer hast, damit du ruhig schlafen kannst. Ach, genial. Ganz leise, ganz zart. Dann haben wir hier natürlich die Temperatureinstellung hoch und runter. Aufs Grad genau. Genau, hier ist der Ventilator, da kannst du die Intensität des Ventilators einstellen. Also einen stärkeren Luftzug, einen schwächeren Luftzug, genau wie du es magst, sodass du auch keinen Zug bekommst. Hier ist noch die Timer-Funktion und hier Swing. Das bedeutet wieder, dass die Luft dementsprechend vorne verteilt wird, dass sie auch perfekt in den Raum reinkommt. Und das finde ich ganz wichtig, dass sie nicht auf einem Gesicht jetzt bläst, dass sie sich so schwingt und wirklich sich im Raum verteilt. Jetzt habe ich mal eine Frage. Kühlt die nonstop jetzt 16 Grad oder spürt die jetzt, okay, jetzt mache ich mal eine Pause. Ich habe jetzt 16 Grad runtergekühlt den Raum. Wie sieht das aus? Na, 16 Grad ist ja schon extrem kalt. Also da muss sie, glaube ich, erst mal eine Weile arbeiten. Ansonsten aber, wenn du eine Temperatur eingestellt hast und die dann erreicht ist, dann hört die natürlich auf auf. Also dann hält die die Temperatur. Es ist nicht wie im Auto, wo ich anschalte und das kühlt mich die ganze Zeit und merkt nicht, dass es schon längst so kalt ist. Normalerweise, also eigentlich sollten im Auto auch Fühler sein. Also da stellst du auch eine Gradzahl ein. Nee, bei der ist ganz klassisch nicht. Nee, bei der ganz klassisch nicht. Also bei meiner ist es so, ich stelle eine Gradzahl auch ein, genauso wie hier. Kann ich da gar nicht einschalten bei mir. Ich kann nur Klimaanlage anschalten. An- oder aus. An- oder ausmachen. Das ist auch schön. Nein, hier können Sie natürlich, da haben Sie Komfort, da können Sie einstellen, wie viel Grad Sie haben wollen und dann kühlt es bis zu der Gradzahl und dann hört es auch wieder auf oder macht halt langsam und kühlt dann erst wieder, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird. So, und das ist unsere 7000er. Das heißt jetzt für Sie eine ganz gute Größe für Ihr Wohnzimmer reicht optimal aus und das heißt für Sie jetzt anrufen. Die Bestellnummer ist unten eingeblendet, die sage ich Ihnen aber auch nochmal durch. Das ist die NC 56 55 569 284,91 Euro. Ein wirklicher TV-Sonderpreis, den wir hier haben. Die Telefonnummer ist auch nochmal die 0181 51 51, dreimal die 2 und dann haben Sie wirklich ein optimales Gerät. Jetzt denken Sie sich, wenn Sie jetzt gleich wieder unser Bild sehen, die haben ja immer noch die gleiche Klimaanlage drin. Wo unterscheidet sich jetzt dieses Modell, Kati, von der anderen Klimaanlage? Das ist die 990 Watt, die wir hier haben, also 9000 BTU. Die ist für größere Räume geeignet, also bis so circa 36 Quadratmeter. Wow. Die eben circa ist bis so, ja, ich würde sagen 20, 25 Quadratmeter, also für kleinere Wohnzimmer, für Schlafzimmer perfekt geeignet. Das Modell ist schon ein bisschen kräftiger. Pfeffer, mehr Popo, in Popo. Genau, das kühlt halt sehr viel schneller noch und hat natürlich auch ein bisschen mehr Power, sodass es auch für größere Wohnzimmer, wenn man jetzt halt ein sehr großes Wohnzimmer hat mit 35 Quadratmetern zum Beispiel, dann würde ich diese hier empfehlen. Die funktioniert auf jeden Fall sehr viel effizienter. Von den Einstellungen her ist es aber genau wie die andere, da hast du schon recht. Also sieht auch genau gleich aus. Auch hier haben wir dieses tolle übersichtliche Display wieder mit den gesamten Funktionen. Das bedeutet hier wieder anschalten, die Schlaffunktion, Temperatureinstellung hier mit den Pfeiltasten, aufs Grad genau wird die noch angezeigt. Hier natürlich wieder die Geschwindigkeit des Ventilators beziehungsweise des Gebläses, die Timer-Funktion und hier wieder diese Swing-Funktion, dass hier die Luft dementsprechend bewegt wird. Und das Ganze auch hier wieder komfortabel über die Fernbedienung, das ist auch schön gemacht. Wir können uns das hier mal anschauen. Schau mal, die Symbole hier auf der Fernbedienung sind dieselben Symbole, die du auch hier siehst. Also selbsterklärend für mich. Selbsterklärend ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das ist doch super. Also ich finde das ganz toll. Die geht ja auch von selbst, kann man die dann wieder an- und ausschalten, ne? Also das kann ich jetzt, oh, da legst du schon direkt los. Da habe ich direkt Spaß dran. Sie legt hier direkt los und ich kann ja auch ganz bequem schon hier rumspielen an der Kühlung. Da habe ich schon die kälteste Einstufung und kann natürlich nach oben gehen. Wir haben jetzt hier die letzten Stückzahlen, denn überall ist letzte Woche in dieser Hitze-Sahara-Welle sind die Baumärkte ausverkauft worden und hier sind wir auch wirklich bei den letzten Stückzahlen. Das heißt für Sie, meine lieben Zuschauer, das ist wirklich die reine Wahrheit. Die letzten Stückzahlen jetzt anrufen und sich das gute Stück sichern, damit Sie bei der nächsten Hitzewelle, die ja schon zum Wochenende hinkommt, gesichert sind und gerüstet sind. Die Bestellnummer ist die NC 565569, 284,91 Euro und das Ganze kommt auch wieder versandt, kostenfrei zu sehen, nach Hause. Für mich ist das ein Wohlbefinden, was Sie sich selbst schenken und erwerben hier. Und zwar, Sie können wirklich zu Hause entspannt durchatmen und es geht Ihnen auch wirklich körperlich wieder besser, wenn Sie zu Hause eine angenehme, frische Brise haben und das per Knopfdruck. Ich lege Ihnen das wirklich am Herzen, hier etwas Hochwertiges zu kaufen und zwar bei uns das Sichler Markenprodukt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Sie haben zum Beispiel eine Wohnung und haben keinen Schornstein. Und wenn ich jetzt nicht weiß, woher ich mit dem Abluftschlauch hingehe, was mache ich denn da? Das geht ganz, ganz einfach. Da haben wir ein tolles Produkt für Sie und zwar eine Fensterdurchführung. Weil hier hinten an diesen Klimaanlagen ist ja dieser Abluftschlauch dran. Der ist ganz lang und ganz flexibel. Zieh mal, der ist ja richtig lang. Ja, zieh mal bitte. Oh mein Gott, schauen Sie sich das an, das ist ja größer als ich mal wieder. Riesig groß. Gigantisch, guck mal, das ist so, wie klein bin ich denn bitte? Ja, meistens braucht man den gar nicht in der Länge, weil man stellt die Klimaanlage ja eh in die Nähe eines Fensters. Und da kann man dann einfach diesen Abluftschlauch hinauslegen. Und wie das funktioniert, damit auch keine warme Luft von draußen wieder nach drinnen reinkommt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Denn es geht wirklich kinderleicht. Mit unserer Fensterabdichtung, da wird das Set, was wir jetzt sehen, da ist ein Klebestreifen dabei. Der hat auf der einen Seite Klebeband, auf der anderen Seite Klett. Sie machen das entsprechende Fenster auf, wo Sie Ihre Klimaanlage in der Nähe installieren wollen. Und kleben einfach das Klebeband in den Rahmen des Fensters ein. Und zwar einmal beim Fenster auf die Innenseite und dann bei dem Rahmen auf die Außenseite. Dann wird dieses Nylon hier eingeklettet. Das hat auch wieder Klett auf der Seite. Einfach einkletten und zwar einmal ringsherum ums Fenster. Das geht wirklich ruckzuck innerhalb von Sekunden. Dann hast du es da drin. Schau mal, und jetzt ist das ganze Fenster abgedichtet. Also jetzt kommt keine warme Luft von draußen nach drinnen rein. Und auch von drinnen keine kalte Luft nach draußen. Hier ist der Reißverschluss. Da macht man den jetzt auf. Das ist ganz wichtig. Denn in diese Lücke jetzt, die du mit dem Reißverschluss entstehen lassen kannst, wird der Schlauch eingehängt. Dann genauso geschlossen, sodass wirklich nur der Schlauch nach außen geht. Und dann bist du fertig. Dann war es das. Also eine blitzschnelle Lösung für Sie daheim. Vor allen Dingen wird das Ganze rückstandslos angebracht und entfernt. Das ist doch mal eine super Sache. Das Ganze kann man aber nicht nur für den Abluftschlauch hier von der Klimaanlage benutzen, sondern auch für Trockner nehmen. Zum Beispiel, wenn du beim Trockner keine Abluft hast. Das geht auch. Also Sie hören, wie da vielseitig einsetzt war. Aber sowas sollte auf gar keinen Fall bei Ihrer Bestellung fehlen und sollte jeder bei sich zu Hause haben. Es ist zum Beispiel für den Abluftschlauch vom Trockner geeignet. Aber jetzt hier speziell für unsere Klimaanlagen. Rufen Sie jetzt an unter der eingeblendeten Telefonnummer. Bestellen Sie gleich das mit dabei. Und vor allen Dingen, wir haben eine extra Luftlieferung wieder bestellt. Denn das ist schon ausverkauft gewesen und bald wieder lieferbar. Das heißt, direkt anrufen und sich die Bestellung sichern. Die Bestellnummer, die gebe ich Ihnen jetzt dafür. Unsere wunderbare Fensterabdichtung ist die PV 73 78 569. 28,41 Euro. Wirklich ein TV-Schnäppchen, was Sie sich gönnen sollten und was in keinem Haushalt fehlen sollte. Ja, und jetzt hatten wir zwei wunderbare Klimaanlagen. Und jetzt kommen wir zu meinem Bestseller, den ich liebe ihn. Ich möchte ihn unbedingt haben. Das ist natürlich ein kleiner Alleskönner, ein High-End-Ventilator. Aber das erklärt Ihnen genauer die Kati. Es ist nicht nur ein Ventilator, das ist ja das Tolle hier. Wir haben hier nämlich ein Vier-in-Eins-Gerät. Traumhaft schön. Und wie gesagt, vier Funktionen in einem. Als erstes fällt natürlich auf, der große Ventilator hier oben. Sehr großzügig gestaltet und auch sehr modisch gemacht. Wir sehen das hier. Schauen Sie mal, die Rotorblätter sind durchsichtig. Dieser schöne schwarze Käfig drumherum. Das ist toll gemacht. Und hier, ich nehme gleich mal was ab. Schauen Sie mal, das ist die Fernbedienung dazu. Ist auch sehr modern gestaltet. Ganz süß hier wie so ein kleines Ei. Liegt unheimlich gut in der Hand. Hat hinten so einen kleinen Clips auch noch dran. Also ganz, ganz toll gemacht. Und damit kann man jetzt direkt einmal hier unseren tollen Ventilator einschalten. Damit der hier mal so richtig loslegt. Und jetzt schalte ich auch gleich mal. Das sieht aus, dass das durchsichtig ist und Sie wirklich die Hand dahinter noch sehen. Das ist mal ein klasse Effekt. Schau mal. Und jetzt bewege ich ihn mal. Ich mache mir mal die Swing-Funktion mit rein. Damit die Luft auch dementsprechend im Raum verteilt wird. Ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Schau mal. Der dreht dann so toll hin und her. Also wirklich wunderschön. Und natürlich jetzt kommt ein zweites Highlight. Das schalte ich hier auch direkt mal zu. Ich schau mal da. Nein, da kommt ja Nebel raus. Aber was für ein Nebel. Wird da jetzt mal eine Karte nass? Warte, ich stehe mal auf. Nein, das ist ganz, ganz, das ist wie so, wie Rauch. Wie Rauch, ganz fein. Ganz fein wie Rauch. Aber wie kalt sich das anfühlt. Das fühlt sich richtig wie eine frische Brise vom Meer an. Kennen Sie das, wenn Sie im Strandhaus sitzen und dann der Meereswind kommt? Boah. So fühlt sich das an. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich bin total, das ist wirklich Luxus für zu Hause. Die Meeresbrise aus dem Zintillator. Ach, ist das schön. Also wirklich, ich bin jetzt ein bisschen kitschig, aber ich finde den traumhaft. Und diese Brise, oh, herrlich, oder? Herrlich. Das Wasser für diese Meeresbrise kommt hier unten aus dem Wassertank. Das können wir auch mal ganz kurz zeigen. Ach so, okay. Da ist ein Wassertank drunter, der wird aufgefüllt. Wie? Jetzt kann ich es einfach rausnehmen? Genau, kann es einfach rausnehmen. Hier oben so rausklappen, Kinder leicht wieder einfüllen, zumachen. Und dann siehst du hier vorne auch immer die Wasserstandsanzeige durch das Kontrollfenster. Und dadurch wird halt dann dieser Nebel erzeugt. Den kannst du einmal natürlich über die Fernbedienung zuschalten oder auch hier über das tolle Bedienpanel. Auch sehr übersichtlich, muss ich sagen. Genau, kannst du an und ausschalten. Und generell, wenn wir hier aufs Bedienpanel gucken, ist das nämlich ganz schön gemacht. Wir sehen hier die unterschiedlichen Tasten und dann hier oben natürlich dieses tolle, übersichtliche Display mit diesen Lichtern. Da kann man genau sehen hier, das war jetzt der Nebel, den wir eingeschaltet haben, diesen Luftbefeuchter. Hier ist die Funktion für den Timer, die wir daneben sehen. Ach, welche Timer-Funktion kann ich denn da wählen? Du kannst hier zwischen 30 und 7,5 Stunden einen Timer einstellen. Das war hier die Swing-Funktion, also die Bewegung des Ventilators. Power ist an und aus. Modi, das sind die unterschiedlichen Intensitäten, die ich hier beim Ventilator einstellen kann. Und hier Geschwindigkeiten natürlich, wie schnell er nochmal genau arbeiten soll. Also richtig, richtig schick. Aber ich sehe jetzt noch eine Sache da unten. Was siehst du denn da noch? Ich sehe ein kleines blaues Plättchen. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich nochmal ganz spannend. Ich rutsche mal hier auf die Knie. So, komm mir auf die Knie, Kathi. Also was ist denn das? Das ist ein kleines Plättchen und zwar, vielleicht kennen Sie diese Plättchen, die haben Sie vielleicht schon mal gesehen im Drogeriemarkt. Da kann man die kaufen und zwar sind das Anti-Mücken-Plättchen. Die duften und die kann man hier bei verschiedenen Geräten, so auch hier bei unserem tollen Ventilator unten einstecken. Und wenn ich hier oben dann die Taste drücke für Mückenbekämpfung, dann wird dieses Gerät unten eingeschaltet. Und hier wird ein Duft verteilt, der dann durch den Raum zieht. Das heißt, die Mücken, die kommen nicht mehr zu mir, sondern zu meinen Nachbarn und machen Picks. Genau. Perfekte Sache. Und zusätzlich hast du bei diesem tollen Ventilator noch eine Funktion, das ist nämlich die Funktion Nummer 4. Da ist auch ein Luftreiniger eingebaut, also ein Ionisator, der gleichzeitig hier schlechte Gerüche und natürlich Staub, Pollen, Viren und Bakterien aus der Luft nimmt. Also Ventilator, dann hier diesen tollen Luftbefeuchter, der Anti-Mücken, die Anti-Mücken-Funktion und natürlich zusätzlich noch der Luftreiniger. Also im Großen und Ganzen ein wirklich High-End-Ventilator, der keine Wünsche übrig lässt, mit allen vier Funktionen, die Kati benannt hat. Hier die Bestellnummer, die NC 3450569 und natürlich hier ein Sontaler-TV-Sonderpreis, 123,41 Euro. Die Bestellnummer, die NC 3450569 jetzt bestellen und sichern, auch der geht aus. Wirklich, meine Zuschauer, die Hitzewelle kommt und seien Sie nicht die Letzten, die wieder auf die letzte Nummer anrufen und kein Zuhause haben. Jetzt bestellen, anrufen zum TV-Sonderpreis. Ja, und wenn Sie jetzt zum Beispiel viel und gerne kochen oder rauchen in der Wohnung oder eine Feier hatten oder viele andere Möglichkeiten und der Geruch setzt sich in Viren um oder Bakterien und stinkt dann, dann haben wir jetzt das optimale Produkt für Sie. Einen hocheffektiven Luftreiniger aus dem Hause NewGen Medicals und der ist wirklich absolut clever. Klein und kompakt kommt er daher, in wirklich schönem Design, finde ich. Der passt überall hin, egal ob in die Küche, ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer. Ja, du hast recht. Ganz einfach zu bedienen hier unten. Es gibt nur quasi zwei beziehungsweise drei Funktionen aus Turbomodus oder Flüstermodus. Das kannst du einstellen und dann reinigt der die Luft. Und zwar ganz toll, Viren, Bakterien, Pollen, Milben, Staub, Gerüche, alles wird eingesaugt. Hier sehen wir es eben in der Grafik, wird eingesaugt, die ganze verunreinigte Luft und hinten kommt die gereinigte Luft wieder heraus. Das nenne ich mal eine Bombenerfindung. Hinten rein, vorne raus und das vor allen Dingen gereinigte, frische Luft. Also das ist mal wieder eine tolle Sache. 18,91 Euro für so einen kleinen Zauberer, das ist wirklich eine tolle Sache. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Du hast ja zum Beispiel viele Viren gehabt und Pollen. Wo sammelt sich das und wie kann ich das reinigen? Hier in diesem Luftreiniger, hier oben, ist ein Permanentfilter drin. Und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Durch diese Negativionen werden die Gerüche und die Pollenviren alle aufgespalten. Also hier wird nicht mit Chemie gearbeitet, sondern rein natürlich. Und diesen Permanentfilter hier, da setzt sich dann auch über die Zeit, wenn du den ein bisschen laufen hast, siehst du das dann auch, setzt sich so ein bisschen was ab. Und das kannst du einfach unter fließend Wasser, beziehungsweise mit ein bisschen Spüli einfach reinigen und dann kommt der Filter wieder rein. Also das heißt, ich habe auf jeden Fall keinerlei weiteren Folgekosten und vor allen Dingen, sie übertünschen den Geruch nicht mit irgendwelchen Duftsprächs oder Duftkerzen, sondern sie zerlegen den ja wirklich. Und jetzt sehen wir ja auch in dem Einspieler, der saugt das ja richtig hinten ein, das kleine Räucherstäbchen. Ja, der saugt das wirklich richtig ein. Also gerade wenn du gekocht hast zum Beispiel auch in der Wohnung und so richtig diesen Geruch hast in der Wohnung, der saugt das richtig weg. Oder wenn jemand geraucht hat, der saugt das richtig weg. Und vorne kommt wirklich diese tolle frische Luft raus und das riecht man richtig. Also ich war total begeistert, weil das riecht wie nach einem Gewitter so ein bisschen, so richtig frisch, wie nach so einem Regen. Ganz toll, das ist so schön für das Wohlbefinden, wenn man so durchatmen kann, wenn es gute frische Luft ist. Wir sehen ja auch jetzt gerade hier wunderbar, das ist, was für einen Zeitraum haben wir da? Echtzeit oder? Echtzeit. Echtzeit, absolute Echtzeit, dann sehen Sie jetzt in wenigen Sekunden, wie wirklich hier in diesem Zylinder ein vollgerauchter Zylinder sauber wird. Ich bin schon gespannt, ich sehe jetzt schon, es wird klarer. Ja, das geht wirklich ruckzuck innerhalb von Sekunden, hier sehen wir richtig, wie es weniger wird. Das heißt jetzt für Sie, meine lieben Zuschauer, Sie sehen jetzt in den wenigen Sekunden, die wir jetzt noch haben, wie sauber die Luft in dem Zylinder geworden ist. 18,91 Euro, die Bestellung ist die NC 5328569 und bestellen Sie sich diesen wunderbaren kleinen Luftreiniger mit großer Leistung. Das war jetzt wirklich unsere kleine Hitzewelle mit vieler Auswahl von Produkten und das ist unser Highlight hier. Vielen Dank.